So, das haben wir jetzt hier. Wir sind am Feld. Ich stoppe mich einfach so in den Boden. Das ist richtig heilig. Ja, 30mm Agento. Digga, ich krieg sie nicht auf. Okay. So, ich hab sie auf. Also. Obai. Er musste erstmal richtig eingraben. Oder doch nicht. So. Oh. 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 Die letzten zwei. Ich hoffe, die kommen nicht zurück. Scheiße. Oh. Soll ich die werfen? Ja! Ich hab noch einen. Jetzt mach ich einen. Geil. Ich hab noch Kuhkrieg. Gleich. Wir nehmen die erste mit. Immer schön. So, ich kann dir nochmal zeigen hier. 1.32 Uhr. Ja, es sieht einfach nur schwarz aus, aber es ist noch nichts größer. Schön. Noch mal wieder eine Batterie, oder? Yes. Warte, ich löschte. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, dass ich es auf dem Felsen machen würde. So, jetzt die Outlaw von Norma für einen Zehner, glaube ich. Hier noch einer, Jungs. Okay, man hört in der Ferne noch ein paar Sounds. Aber das war's wirklich. Oh, da. Da hinten hat man auch was gesehen. Da hinten hat man auch was gesehen. Ja, da hinten. Da hinten hat man auch was gesehen. Ja, da hinten hat man auch was gesehen. Ich hab noch nie sein. Also wenn man sich überlegt, dass man für 5 Euro die Bloody Billion bekommt, dann sieht es schon ganz anders aus. Aber du hast so eine schöne Batterie hier, die Effekte sind cool. Man sieht mal wieder etwas oder auch nicht. Welche ist das? Matrix? Ne. Ja, Matrix. Das ist unschalf. Das ist unschalf. Schön. Endlich wieder. Perfekt einfach. Was? So, was nimmt der gute Mann sich? Wie verbirgt sich denn hier drunter? Oh. 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 Okay. Wir machen mal hier einen schönen Knisterdrüffel. Den letzten. Was haben wir? Kristall? Ne, Gold. Gold. Oh, Gold hatten wir noch gar nicht heute. Probier mal ein bisschen schräg zu machen. Weg. 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 Okay, mach. Okay, da hat es gewumst. So, nochmal Knisterpfeffer brauchen wir nicht. Die Poison vielleicht einmal? Ja. Noch einmal die Poison hier. Ist aus diesem Jahr, oder? Ja. 5 Euro. 5 Millimeter? 19 Millimeter, glaube ich. Äh, ja, 19. 19 Millimeter. Und kippen wir sie mal um. Braucht die Stabilisation eigentlich nicht, oder? Ja. 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 Da ist es auch. 30 Millimeter. Richtig fett. Los geht's. Okay, die waren mega krass. Heilige Scheiße. Mega. So hupen sie Gold. Mach mal die Gold. Schön. Die hat auch einen Fünfer gekostet übrigens. Krass. Oh, hier ist ja noch eine unbenutzte. Genau. Was haben wir hier? Scorpio. Also die war wirklich krass. Ja. Was haben wir da? Wunderschön. Die ist noch unbenutzt. Die brennt gleich. Okay, schade. Genau. Hier. Sehr schön. Schön. Ein bisschen knallt es dann doch noch hier. Wow. Ein Thundermine. Prickling. Die letzte Argento-Batterie. Noch einmal die Capri. 30 Millimeter, 13 Schuss. Tipp mal einmal kurz auf die Zeit. Ich spiel das mal. 1,47. Krass. Action. Action. Ich glaube das war die erste Argento-Batterie, die wir gekauft haben. Oh mein Gott. Hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. So. Und jetzt zum Schluss hier am Feld nochmal die Goldfinger vom Lidl. Für 20 Euro. Einmal neben dem Kopf. Krass. Das Thumbnail direkt. Warte, machen wir nochmal. Ja. Das ist krass. Das ist gut. Sehr gut. Wo sind die Fächer? Diese Seite zum Publikum. Alles klar. Machen wir das, wa? Ja. Also wenn die jetzt nicht fett wird. Alter. Goldfinger von Veko. Boah. Stark. Aber die Ausbreitung war nicht so krass. Trotzdem krasses Ding. So. Wir haben es jetzt glaube ich 2 Uhr. Und packen jetzt zusammen und gehen wieder zurück. Ja würde ich sagen war auf jeden Fall eine schöne Tour oder? Ja auf jeden Fall ja. So. Wie es sich gehört haben wir natürlich aufgeräumt. Und gehen jetzt wieder nach Hause. Hier vorbeigehen nochmal einen anderen los. Auf dem Flug. Ich bin ein Pyro. Ich atme mit Genuss. Pump den Duft tief in meine Brust. Ich bleib ein Pyro bis zum Schluss. Ich bin ein Pyro. Ich liebe diesen Duft in der Luft. Willkommen wahnsinnige Lust wenn der Schwarzpulver verpufft. Ich bin ein Pyro. Ich atme mit Genuss. Pump den Duft tief in meine Brust. Ich bleib ein Pyro bis zum Schluss. Ich bin ein Pyro. Wer dir den Atem geraubt hat. Spürst du auch diesen magischen Zauber? Ein Pyro. Dieser Rauch ist kein Zufall.